So, und weiter geht's mit dem dritten Level von Rayman 2, The Great Escape. Hör gut zu, es gibt da ein kleines Problem. Die Piraten sind ebenfalls auf der Suche nach den Masken. Sie haben den Zugang zur ersten Maske versperrt. Aber wenn du 15 Lungs hast, können wir die Türe öffnen. Klasse, du hast genügend Lungs, um durchzukommen. Oh, Deckel, ne? Ganz ehrlich, ihr zieht mich voll ab. Muss ich dir noch etwas sagen. Die Masken werden von starken Wächtern beschützt. Ihr glaubt mir mal eine Lungs. Von Wächtern? Ja! Holocaust hat ihnen befohlen, alle Eindringlinge auszuschalten. Du musst sie besiegen, um an die Masken zu gelangen. Noch eine Sache. Sammle so viele Lungs wie möglich. Die zweite Türe öffnet sich nur, wenn du 150 davon hast. 150 Lungs, das bedeutet, ich muss jetzt jeden Lumen sammeln. Also fast wieder. Oha, die Simpfe des Erwachungs. Was? Okay. Mal gucken, was das ist. Eine neue Welt auf jeden Fall. Hm. Ja, wer ist er denn? Oha. Okay, er ist nur 35. Oha. 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 Ja, und was hab ich jetzt? Ah, ah, wer ist er denn? Wie kann ich dir nur danken? Ähm, keine Ahnung. Vergiss es, Sam. Ah, das tut so richtig aus. Sam mit drei S, auch nice. Sensationell. Weißt du, wo ich die vier Masken von Polokos finde? Sorry, Raymond. Ich weiß nicht, wovon du redest. Aber ich sah, wie Gluebox von zwei Piraten gefangen wurde. Sie haben ihn irgendwo hinter die Sümpfe gebracht. Wenn du willst, helfe ich dir auf die andere Seite. Greife nach meinem Halstuch, indem du darauf schießt. Dann drücke die Kreuztaste zum Springen. Komm. Los jetzt. Hm. Da hast du eine Art Rennen. Hm. Was dann spielst du? Oh. und geschafft verdammt ein super um habe ich übersehen der läuft 25 lund das war nur super loom so ein smiley face es geht weiter oh Mist das hätte mir ja auch mal andauer was sagen Dank Und... voll viel Lehnung ist alles gelassen. Nice... Nein, das war gar nicht so einfach. Oh, Mensch... Gibt's doch nicht... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jey. Raymond? Bis dann. Komm mal wieder vorbei, wenn du kannst. Ich verspreche es dir. Ich werde dich vermissen. Ich dich auch, aber jetzt muss ich mich beeilen. Boah, wie nett. Jetzt muss ich mich beeilen. Und hier ist Mr. Freaky Kleinling. Gang. Dance with somebody. Dance with somebody. Und dann das nächste Level geschehen.